Hallo und herzlich Willkommen mein Name ist Crying Destiny und heute ist der erste Gameplay schon wieder rausgekommen zu der neuen Zombie-Karte Setsubunoshima und den gucken wir uns jetzt erst mal an und danach gucken wir was wir genau sehen was wir alles schon rausfinden können zu der Karte und ich würde sagen Film ab There are those who seek power over nature itself beneath the shadow of an evil a new enemy has arisen Hier, auf dieser Island, sie hatten keine Ahnung, was sie würden zu erleben. Propeller makes a rainstorm of me! Oh yeah, monkey time! This is how sausage is made. Make your peace, Hellspawn. I am coming for you. Get the season passed now. 4 DLC packs, 1 great price. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Das erste Richtige und Wichtig was wir sehen, ist so eine Art, ich weiß nicht, das sind so Statuen. Ja man kann da Treppen hochlaufen, da sind dann 3 Statuen, ne 4 glaube ich. Oder eher Säulen und da sind wieder die Zeichen von Shadows of Evil, die man auch für das Schwert brauchte dran zu sehen. man weiß jetzt nicht was das wirken soll ja vielleicht können wir dort auch wieder das schwert weil es ja immer noch aussteht das hat man jetzt noch nicht gesehen kann ich mal vorweg nehmen ob es ein schwert geben wird in setze bunoshima weil das sollte ja eventuell reinkommen durch takeo weil er ja auch gerade so mit seinem schwert um am rumhaltieren ist jedoch sehen wir schon ein paar kreaturen im gefäß das wurde ja auch schon in der map beschreibung erwähnt dass die division 9 worüber ist da auch ein bisschen handelt also man sieht öfters auch das gebäude von denen die haben ja mit menschen experimentiert und tieren und alles sind da sieht man jetzt irgendwelche kreaturen so gelben gefäßen irgendwas sind menschen also irgendwie irgendeine art von zombies weiß ich aber auch nicht kann man auch nicht genau erkennen allerdings sehen wir jetzt schon kokons ein bisschen die auch aussehen wie menschenkörper also ja die form davon von dem menschenkörper ich denke auch mal dass menschen sein werden darauf kommen wir aber später zurück und das erste interessante was ich finde sind irgendwelche pflanzen die wir dort sehen die sehen wir später noch mal und zwar fressen die auch irgendwie die zombies auf ich weiß nicht ob das so ist wie eine sehentruhe dass man die füllen muss oder ob es eine falle ist oder ob man die einfach irgendwie füttern kann und dadurch dann irgendwie einen job bekommt oder so keine ahnung sieht man nicht aber sieht verdammt interessant aus und wir haben auch hier den die hg 40 aus dem multiplayer so eine waffe die man aus diesen kisten ziehen kann die haben wir auch mit irgendwie warum auch immer ich weiß nicht ob man die dann vorher auch ziehen muss oder ob die einfach normal reingepatcht wird wir haben den todbringer was weiß schon vorausschaubar dass der wieder mit dabei sein wird weil die haben ja auch extra das kaugummi ich denke nicht dass es deaktiviert sein wird für die map deswegen hat man da auch den meinen todbringer job denke ich mal und dann sehen wir ein flugzeug was abstürzt ich weiß nicht ob das mit zum easter egg gehört oder wenn auch das passiert wenn der strom angeht oder so irgendwie wird das auf jeden fall abstürzen und danach sehen wir was ich richtig geil finde den propeller von dem flugzeug als falle ja sie wird in der witzung ist wirklich ob das könnte echt mal eine neue lebensfalle wenn die sieht einfach verdammt geil aus was wir auch noch sehen wir haben wieder monkeys dabei und nicht irgendwie zum beispiel wie auch schon so leonis oder sowas sondern ganz normale monkey bombs wir haben auch irgendwie so eine art rutschwege das hat man ja schon barbariert wenn man zum beispiel aus einem hexenhaus rausgelaufen ist oder rausgerutscht ist wieder zurück hat man ja auch diese art rutschwege die hat man da auch hat sieht man zwei stück von mal schauen was das da bringen wird und nachdem man dort jager gekauft hat im gameplay trailer sieht man eine doppelhändige pistole es ist aber irgendwie nicht die anfangspistole und ich erkenne die einfach nicht es sieht auch eher aus wie ein revolver oder so weil von den schüssen her die scheint ziemlich stark zu sein ist aber glaube ich keine waffe die normal schon bei zombies zu sehen war wenn das falsch ist dann korrigiert mich aber für mich die waffe irgendwie neu aus weil die schießt auf jeden fall keine granaten oder so das sieht man und dann ist da auch genau in den abschnitt noch eine neue falle also auch noch mal und das ist diesmal sieht aus wie eine turbine irgendwie wo dann die zombies reingezogen werden und zerschnetzelt werden auch sehr schön und jetzt haben wir eben schon die pfonds angesprochen ich habe auch schon erwähnt dass es wahrscheinlich sein wird und jetzt sieht man es hier auch wir haben spinnen im satz zu bunoshima als boss weiß nicht boss runden so quasi also stadt hunde runden dann spinnenrunden mal gucken wie das wird also es sieht jetzt im trailer sieht es ganz geil aus aber ich weiß nicht wie man sich das vorstellen soll aber es könnte echt cool sein also es wird auf jeden fall ein bisschen abwechslung geben das finde ich schon mal ganz gut und wir gucken einfach was uns da erwartet dann sehen wir noch wie wir durch das wasser schon mal so die charaktere gab es so auch noch nie in irgendeiner zombie map dass man schwimmen kann finde ich aber auch ganz cool weil das ist auch so ein element was hier das multiplayer jetzt reingenommen haben in zombies das könnte echt so ein bisschen als ist ein neues feeling so ich weiß nicht ob die zombies dann unter wasser ein bisschen geslaut werden oder nicht aber es ist echt witzig also es könnte cool werden wird so unter wasser schwimmen stelle ich mir schon ganz geil vorher dabei wie gesagt sieht man auch die mp40 in der hand von takeo die wird also auch ein comeback feiern die ist ja auch seit worded war schon dabei und irgendwie in jedem zombie teil mindestens in einem addort mit dabei wenn ja auch geil dass sie so sich an die alten zeit noch zurück erinnern und die waffen mit reinnehmen und ganz am ende sehen wir den neuen boss zombie der ist irgendwie ist so ein bisschen sieht so pflanzigartig aus also irgendwie wird zum zombie verschlingt auf einmal transformiert er sich in so ein riesengroßes ding mit irgendwelchen orangenen stellen und der man sich nicht lange also nur ganz kurz am ende wo er dann noch auf die kamera zu rennt und das war's dann also da bin ich mal gespannt was er so drauf hat er erinnert wirklich sehr ein mag war also das hat ja schon mal erzählt dass der eventuell ein mag war er innen wird und ich finde schon dass er so eine gewisse ähnlichkeit hat also jetzt auch nicht übertrieben aber schon etwas ja wenn euch das video gefallen hat mit den neuen infos dann lassen beim besten mal ein like da und der kommentar was ihr denkt über den trailer ich finde ihn total geil der wird glaube ich weiß nicht die map die wird einfach geil ich bin total hyped jetzt es sind ja auch nur noch sieben tage jetzt und ja wenn ihr noch kein abonnent seit von meinem kanal dann lasst am besten ein abo darum nicht dass wir fassen dann erreiche ich auch eventuell heute noch die 500 man weiß es nicht und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video bis dahin haut da rein und ciao